Öffne die großen Steintore mit der mächtigen Goldstatue. Das ist mal ein cooler Tipp. So, gibt's hier hinten noch irgendwas? Weil bei Mumbo kann man sich ja nie sicher sein, ob hier nicht vielleicht doch irgendwo was versteckt ist. Nö, scheint nicht so. Hi, was ist los? Ja, wach mal auf hier, Faulpelz. Ah, Bär und Vogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane ins Spiel. Also, hat neun Schädel gebaut. Gut, Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden, um Zauberwesen. Wir haben ein Globo. Müssen Zauberwesen geben Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbo's Hilfe? Ja. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbo's Tasche. Wuhu. Schnup, schnup. Wuhu. Und jetzt? Ah, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücken X für mächtigen Schamanen-Schockstock. Mich auf meinen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Genau. Noch eine neue Innovation. Ähm. Wir sind nicht nur mit Banjo und Kazooie in diesem Spiel unterwegs. Nee. Wir dürfen jetzt auch mit Mumbo spielen. Mumbo ist in seiner Bewegungsvielfalt natürlich ein bisschen eingeschränkter als Banjo und Kazooie. Aber er hat den tollen... Moment. Den tollen Britzelstock des Todes. Das macht echt Spaß. Oh ja. Wir können damit voll viel... Viel toll, ja. Wir können damit voll toll Feinde britzeln. Das macht echt Spaß. Leider ist das eine Attacke, die wir nicht im Sprung ausführen können. Deswegen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und am besten weichen wir eigentlich den meisten Feinden nur aus. Weil das erscheint irgendwie sinnvoll. Ansonsten andere großartige Moves da dann nicht drauf. Also weder ein Doppelsprung noch irgendwie, ja logisch weiße, kein Huckepacklauf oder ähnliches. Das ist alles ein bisschen mit Mumbo ein bisschen gemütlicher. Aber dafür hat er ja nun mal andere Vorteile. Wie zum Beispiel... Na gut, zu der Platze gehen wir gleich. Erstmal wollen wir kleine Katzen britzeln. Na, kommt her. Schnu. Warte, was? Schnu, 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 schnu. Schnu. Ich wollte gerade sagen. Mein Gott. Verarsch mich nicht. Kann Mumbo denn mit den kleinen Steintypen irgendwie sprechen? Ich stehe zack ihm ab, wäre ich schna, schna, schna. Nun kann ich jung, schna, schna. Mumbo leider nicht sprechen steinisch. Nein, leider nicht. Tut mir leid. Wirklich. Na gut, egal. Um das Problem werden wir uns irgendwann bei Zeit mal kümmern. So. Drücken B, vermächtigen Mumbo-Zauber. Es steht da drauf. Icom, Bocom. Habe ich es nicht immer gesagt? Er sagt das doch immer. Meine Icom, Bocoms. Ich habe es doch immer gesagt bei Banjo-Kazooie. Ihr erinnert euch noch dran. Hier sehen wir auch endlich mal, wie man das schreibt. Also, ich will... Ich will nichts mehr hören. Also, es macht... Es macht total Sinn. Interagieren! Hoffen, das funktionieren. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Wole, 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 Wole. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Icom, Bocom. Wof, wof, wof. So. Cool. Jo. Bombo-Magie lassen goldenen Goliathau verstehen. Magie dauert nur kurze Zeit. Wenn wieder ich sein wollen, Statue zu seinem Platz bringen und D drücken. Gut, ja. Wir dürfen jetzt 75 Sekunden lang als Steinstatue unterwegs sein. Und als Steinstatue hat man so ein paar Vorteile. Zum Beispiel hat man einen echt fiesen Tritt drauf. Und damit... Oh, kann man eine Flugplatte aktivieren? Das ist super. Kann man hier den kaputt machen? Und kann man diese steinernen Tore aufbekommen? Juhu. Achso. Und man kann eventuell hier reingehen als Steinstatue? Ah, interessant. Ich weiß jetzt nicht. Smaragd-Schlangenhain. Hier findet man zum einen einen neuen Move. Das ist interessant. Zum anderen... Aha. Kann man hier durch den Treibsand gehen. Ein Puzzleteil einsammeln. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unwichtig. Und... Darüber hinaus... Weiß ich nicht. Na gut, okay. Hier sind noch mehr Steinstatuen, die man kaputt machen kann. Zack. Ich glaube, es gibt sogar auch ein extra Puzzleteil, wenn man alle... Man kann die Mauer hier einreißen. Es gibt ein extra Puzzleteil, wenn man alle Steinstatuen irgendwie zerdeppert. Dopp-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp-dopp. Und deswegen... Freue ich mich extrem darüber. Dass ich jetzt diesen Einfall hatte. Das Warpfeld habe ich jetzt auch einfach mal mit der Steinstatue aktiviert. Obwohl es relativ egal war. Na gut, okay. Ja. Ach schade. Ich hätte jetzt gerne nochmal die Katze gekickt. Bombo-Magi, jetzt zu Ende. Boop-Boop-Boop. Aber... Wie durch Zauberhand landet die Statue wieder hier. Und wir können sie... Ja. Wir können sie nochmal holen. Ich finde diesen Schamanen-Spruch total geil. So. Boop-Boop-Boop-Boop. Ich glaube, die können wir aber keine Angst machen, oder? Achso. Mit der Flugplatte kommen wir jetzt zu dem Jinjo hin. Okay, alles klar. Gecheckt. Da brauchen wir hier mit der Statue auch wirklich nichts mehr machen. Dann gehen wir jetzt einfach nur noch hier hoch, weil... Das ist dann ja jetzt der Rest, der fehlt. Mit der Flugplatte können wir so viele tolle Sachen machen. Boah, das ist geil. Jetzt können wir dort beim Tempel den oberen Eingang nehmen. Wir können... Den Jinjo holen. Wir können noch an eine leere Honigwabe heran. Und... Irgendwelche anderen Sachen machen. Was weiß ich nicht. Werden wir nachher schon gut sehen. Seltsam. Es gibt doch kein Puzzleteil. Ich hätte schwören können. Gab es hier keine mehr? Schnurps. Ich weiß gerade nicht. Gab es hier keine Steinstaltung mehr? Ich hätte so schwören können, dass man... Achso, oder muss man alle auf einmal irgendwie kaputt machen oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, weil jetzt sind die ja wieder da, was eigentlich nicht sein sollte. Moment. Probieren wir das Ganze jetzt nochmal aus? Um sicher zu gehen? Alle Steinstatuen auf einmal plätten? Ich würde sagen... Na, auf Versuch lassen wir es angucken. Beziehungsweise wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ich dachte eigentlich die... Naja, dass die weg wären. Aber die sind nicht weg. Das ist ja doof. So. Interagieren. Bitte. Da, 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 da. Wie gesagt, wir machen jetzt einfach nur nochmal als Steinstattung Platz und gucken, ob das irgendwas bewirkt oder so. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann rennen wir mit Mombo Flux zu seiner Hütte zurück und verwandeln uns wieder. Das heißt verwandeln. Wir wechseln wieder zu Bär und Vogel und machen dann den Mayaos Tempel, also beziehungsweise die Welt an sich hier nochmal in deren Gestalt unsicher. Und dann, joa. Ich glaube, das geht... Das Ganze lässt sich gut an. Also wie gesagt, man merkt zwar, nö, Welt ist größer und so und alles. Ein bisschen komplizierter als damals noch bei Banjo-Kazooie. Aber, mein Gott, wir spielen ja jetzt hier immerhin auch den Nachfolger, ne? Und da kann man ja auch einigermaßen aber abnehmen, dass der ein bisschen... Dass der ein bisschen komplizierter ist als der Vorgänger. Weil, im Endeffekt, die meisten Leute, die das Spiel hier spielen, die haben ja auch den Vorgänger gespielt. Davon ist doch eindeutigerweise mal auszugehen. Und ich würde einfach mal behaupten wollen, oder auch glauben, dass der Vorgänger Banjo-Kazooie sich auch ein bisschen besser verkauft hat als Banjo-Tooie. Ist ja meistens so. Das ist egal, wie toll oder großartig oder was auch immer die Nachfolgespiele auch sein mögen. Die Originalspiele sind meistens dann doch immer diejenigen, die sie am meisten verkauft haben. Was... Gut, okay, hier war nix drin. Hatte mich geirrt. Was unterm Strich aber natürlich auch ein bisschen daran liegen könnte, dass die Spiele ein bisschen mehr Zeit unterm Strich dann hatten, sich zu verkaufen. So über die Jahre gerechnet. Wobei, bei den meisten Spielen ist es ja wirklich so, die verkaufen sich eher zum Release ganz toll arg. Weil klar, dann kaufen es eben die ganzen Leute, die sich seit Monaten, seit Jahren drauf gefreut haben. Und dann kann es unter Umständen bei ganz genialen Spielen vielleicht auch mal zu Lieferengpässen kommen oder so. Obwohl, heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr, oder? Dass man mal länger auf ein Spiel warten muss, weil das irgendwie gerade vergriffen ist. Das kam... Wann habe ich das letztes Mal bei einem Spiel erlebt? Eigentlich noch nie. Doch, irgendwo, irgendwo bei irgendwelchen Spielen schon. Aber ich erinnere mich jetzt spontan nicht mehr, was für ein Spiel das gewesen sein könnte. Auf jeden Fall nichts Nintendo-mäßiges oder so. Wenn dann irgendwas von einem Dritthersteller oder so, der dann total überrascht wurde, dass sich sein Spiel verkauft. Und dass er plötzlich noch nachproduzieren muss. Also, gibt's ja gar nicht. Da sind ja manche Jigler oder Publisher total mit überfordert, wenn die dann plötzlich feststellen, Oh mein Gott, der Scheiß verkauft sich ja. Das ist ja unfassbar. Aber, naja. So. Dup, 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 dup. Wir wollen jetzt hier endlich hin zur Flugplatte. Duh, 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 duh. Jumbo. Woho. So. Wir können hier oben hin. Oh. Wunderbar. Hier oben ist auch noch eine weitere Flugplatte. Äh. Ich wollte gerade sagen. Fliegt er da jetzt nicht adäquat irgendwie hin? So. Zack. Das sah mir doch sehr, sehr komisch aus. Wo? Wo? Ja. Fliegen will gelernt sein. Äh, wo gehen wir als erstes hin? Na gut. Fliegen wir als erstes zu Honigwabe. Ist eigentlich auch nicht der richtige Weg, um die Honigwabe zu holen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich weiß gar nicht. Das sieht momentan so aus, als würde er automatisch nach oben steigen wollen. Dann ist das nicht der Fall. Äh, das ist nicht der Fall. Ähm. Das ist nicht der richtige Weg, um die Honigwabe zu holen. Normalerweise würde es reichen, wenn wir den anderen Move eben lernen von Jumjus. Und dann kann man sich dort festhalten. Und dann kann man eben, äh, sich so die leere Honigwabe holen. Aber, gut. Jetzt haben wir es halt so gemacht. Weil der Hering sich dazu entschieden hat. Ist schon. Ja, okay. Ihr werdet es dem Hering verzeihen können. Ich glaube ja. Einmaßen schon. So, hier war Wasser. Das ist cool. Schnups. Schnups. Und hier bitte wieder an Land. Und jetzt brauchen wir nur noch zu einem anderen Tempel. Zu dem Gold-Tempel. Zurückfliegen. Ich meine, eigentlich ist es ja egal. Weil wir haben Target-Zahn besiegt. Das ganze Gold gehört jetzt quasi gesehen uns und so. Und da kann Target-Zahn jetzt auch überhaupt nicht mehr gegen machen. Weil wir haben eindeutig bewiesen, dass wir viel Göttergleicher sind, als er als Gott jemals sein wird. Oder darf. Oder was auch immer. Das sieht so komisch aus. Ich drücke momentan die ganze Zeit nach vorne. Weil ich eigentlich einen Sinkflug machen will. Aber von der Perspektive her, das sieht die ganze Zeit so aus, als würde er... Egal. So. Wieder eine Cheeto-Seite. Gut. Wofür sitzt der Eingang hier oben? Aha. Man kann hier... Man kann die Platte hier aktivieren. Falle ich hier irgendwo runter oder so? Die Perspektive sieht mir so gefährlich aus. Schatzkammer. Aha. Äh. Aha. Was ist das hier? Irgendein Schalter. Wofür ist das? Man weiß es nicht genau. Ich habe ein Gitter geöffnet. Okay. Dieses Gitter war wichtig, weil... Ist so. Hier haben wir den... Den größeren Geldhaufen. Ich... Die Geräusche sind cool. Bewegt sich natürlich nichts hier auf dem Geldhaufen. Aber es ist schön, wie sie es so simuliert haben quasi. Äh. Was ist das? Kann man dort hinten hin? Man kann sich doch... Moment. Das sieht so verdächtig aus. Man kann sich hier festhalten. Okay, ne. Ich muss hier gleich wieder rein. Ich glaube zumindest, dass das der dritte Move ist, den ich hier in dieser Welt lernen kann. Dann kann ich mich hier noch ein bisschen... Ein bisschen besser umschauen. Das wäre irgendwie sehr, sehr schön. Gut. Aber wie gesagt. Dann lernen wir erstmal den dritten Move. Und dann gehen wir gleich wieder in diesen Tempel rein. Und dann können wir uns, nachdem wir das alles da angeguckt haben, nochmal um dieses geöffnete Gitter kümmern. Jaja. Ich habe das Gitter nicht vergessen. Da gehen wir in jedem Fall auch noch rein. Weil das wollen wir ja nicht außer Acht lassen. Dup. 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 Und zum Strich bin ich dann wirklich gespannt, wie dieses Projekt hier übrigens ankommen wird. Auch vor allem im Vergleich zu meinem Castlevania Let's Play. Was ja doch ein ziemlicher Alleingang meinerseits so war. Das Maragd-Schlagheim. Alleingang deswegen, weil ich hatte es kein bisschen angekündigt oder so. Und es war auch nichts, was irgendwie verlangt wurde. Ich hatte es einfach so gemacht. Mann, ist das ein hässlicher brauner Jinjo. Mann, ist das ein komischer Stein. Hi. Nanobaku Quaggikik Nuganib X Choli Fupni. Verzeihung. Wie war das? Ja. Das ist irgendwie doch. Achtung. Dieser Treibsand beherbergt äußerst bissigen Bewohner. Ja. Hier sollte ich lieber nicht rüber gehen. Na gut, in Kombination mit Gummistiefeln wäre es vielleicht möglich, ne? Andererseits, wir brauchen ja nicht mehr rüber gehen, weil Puzzleteil haben wir ja eh. So. Move lernen. Hör gut zu, sonst daran wird's mangeln. An Vorsprüngen du jetzt kannst hangeln. Bewege dich einfach immer weiter. Bewege dich einfach immer weiter. Mit X attackierst du dann ganz heiter. Das ist dann alles. Weggetreten. Das ist cool. Das ist cool. Wir können mit X sogar angreifen. Guck mal. Jetzt kann man sich hier festhalten. Und mit X greife ich an. Und dann kann Kazooie ihre Pickattacke aus dem Rucksack heraus machen. Das ist klasse. So. Und wir können natürlich hochklettern und den Jinjo einsammeln und uns freuen. Und eigentlich haben wir jetzt nicht alle Jinjos? Statistik. Ich hätte ja gewettet, dass wir nochmal dafür ein Puzzleteil bekommen. Nö, ist gar nicht so. Wir bekommen immer nur ein Jinjo-Puzzleteil, wenn wir alle Familienmitgliedern wieder nach Hause bringen. Das ist ja blöd. Uns fehlt noch ein Globo. Uns fehlen noch zwei Seiten von Cheeto. Oh Gott. Ja. Wer soll das hier alles finden? Und das ist die erste verdammte Scheißwelt. Ja. Gut. Egal. Äh. Da, 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 da. Eren kriegt noch nicht die Krise. Nein, 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 nein. Eier, Eier, Eier. Ei. Sakabatui Katsui. Dummvogel. Gelle. Hahaha. Einen Moment. Was hast du gesagt? Katsui. Dummvogel. Gelle. Das ist so dumm. Hahaha. Das ist schön. Ah, das ist schöner Rare Humor. Sowas ist cool. Halt, Moment. Das hat sich sehr kicherhaft angehört. So wie ein kleines Globo. Ein kleines süßes Globo. Schnu, 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 schnu. In das Zelt hier gehen wir gleich mal rein. Oder eigentlich mehr ein, ein Wigwam. So nennt man das doch, glaube ich, oder? Ich glaube. Ich glaube das schon. Ein Wigwam. Ja. So ein Indianerzelt eben. Da gehen wir jedenfalls gleich rein. Aber zunächst einmal erklimmen wir auch diesen Tempel. Weil wir es können. Und weil sich hier oben auch irgendwelche Dinge verbergen. Hoffe ich zumindest. Wenn das... Das ist ja. Das ist ja.